Musik Viel hat sich im Automobilsport seit dem ersten Grand Prix zu Beginn des 20. Jahrhunderts geändert. Wir haben schnellere Autos, wir haben größere Strecken und wir haben Top-Ausgebildete und immer wieder neue Fahrer, die dem Rennsport ihr ganzes Leben widmen. Aber immer noch kommen wir hierher zurück und immer noch ist das hier der begehrteste Sieg des Jahres. Immer noch freuen wir uns auf den großen Preis von Monaco. Wir sind an diesem Wochenende einmal mehr an der französischen Riviera beim 3,22 Kilometer langen Circuit de Monaco. Die Autos klettern etwa 40 Meter den Hügel hinauf, am Casino vorbei, bevor sie in Sektor 2 zum Hafen hinunterfahren. Es ist ein sehr kurzer Weg von der Pole Position zur ersten von 19 Kurven und hier werden wir heute vermutlich nicht sehr viele Überholmanöver sehen. Es ist mir eine große Freude erneut von Stefan Römer unterstützt zu werden. Reden wir über Richter. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass Sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn Sie sich dem heutigen Rennen stellen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Pierre Gasly startet von der Pole Position und daneben steht Sebastian Vettel. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Richter, Hamilton, Max Verstappen und Riccardo, Sainz Junior, Norris, Perez und Charles Leclerc, Hülkenberg, Bottas, Alexander Elben und Räikkönen, Magnussen, Grosjean, Lukas Weber und George Russell. Butler und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Ja, müssen wir mal gucken, wie gesagt, die Strecke ist kurz. Ich hoffe, dass wir es tatsächlich auf die Reihe bekommen, dass wir tatsächlich uns irgendwie noch ein Auto kassieren können. Wenn wir den Ferraten kassieren, dann können wir es tatsächlich machen. Na gut, gucken wir mal rein. Gehen wir rein ins Rennen hier aus Monaco. Rennen Nr. 6. So, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Wir sind wieder dabei, heute mit dem schweren Rennen aus Monaco. Wie gesagt, wir stehen auf 3 Uhr. Weil wir halt keine freie Runde geholt haben. Ich hätte es tatsächlich noch, aber wir hätten tatsächlich eine schöne Runde noch holen können. Im Regen, im Qualifying gestern, aber wir haben es nicht geschafft. Aber egal, sei es drum. Wir haben noch alle Chancen, das Ding hier zu gewinnen. Vorne steht Fergerstle, als Franzose, Aquazis anheim rein. Und dann steht Ferse, was er fällt auf 2 und wir stehen auf 3. Vor Louis Hamilton. Und dann steht Max Verstappen und da müsste Charles Leclerc sein. Naja, gucken wir mal. Auch in Monaco scheinen wir uns das positionieren. Wir müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich nach vorne kommen. Von 3, hm. Das wird nicht einfach werden. Definitiv nicht. Mit dem Williamson zuletzt haben wir es jetzt die Saison gewonnen hier. Aber das wird alles andere, als einfach jetzt werden mit dem McLaren hier. Wenn ich schnell wegkomme, dann kann ich sowas als Vettel schon kassieren im Start. Nee, ist ganz klar. Leclerc steht weit hinten. Jetzt erstmal konzentrieren aufs Rennen. Ja genau, ich muss auch noch den Hamilton vorbeilassen. Ja genau, ich muss auch noch den Hamilton vorbeilassen. Warte, bis der Hamilton, jetzt war ganz hin, aber warte, bis der vorbei ist. So, jetzt aber. Ich müsste da auch ein bisschen abkürzen. 20 Runden sind sie mir jetzt. Oh, der Erste, der schon sich verabschiedet. Ich glaube, dass der Hamilton schon, äh, der war ja überhaupt nicht zu sehen, eigentlich, der Hamilton. Wieder auf den kommen. Ah, der Hamilton, äh, der ist weit zurück. Der Hamilton hat, auf den Cheven durch. Now, start was okay. Now, stay alert for threats around you. Danke schön fürs Abschießen, Vettel. Hast du schön die Tür zugeworfen, du wirst nicht da wieder vorbei, dass ich da vorbeikomme, ne? Das ist das Problem gerade, ich komme nicht an dieses Auto vorbei. Zweifel spieche ich das Spielchen so. Hei-Bomben raus und Butler raus. Und Grosjean raus, drei Mann schon raus. Und dabei, Magnus ist es qualifiziert, was geht denn ab da hinten? Lukas Webers ist es qualifiziert. Alter, hier fliegen gerade die ganzen Fahrer raus, fünf Mann raus in Monaco. Befürchtest du, dass mein Sieg gerade weg ist? Hei-Bomben ist es qualifiziert. Hier geht gerade runter, sechs Mann schon raus. Ja, dabei sind alle stehen da hinten. Das könnte unsere Chance werden, das Rennen hier durch zu was zu holen. Danke, Vassel. Genau in dem Moment, wo du mir... Lass mir schön den Flügel weggefahren. Ja, Tömer C durch mit Gästli. Der zieht mir da gerade unnormal weg da vorne. Ich habe gar keine Chance, hinterher zu kommen. Ich glaube, unsere Siegeserie wird heute komplett reißen, sondern der fliegt auch in einem technischen Defekt raus. . – Zurückbereich voit sich nütigť. ? ? ? ? ? ? ? ? ? . Ja, Töber, wie gesagt, wenn der technische Defekt nicht bei Beigässe gekommen wird, das Ding klar wird zu seinen Gunsten entschieden. Dafür zieht er uns gerade so sehr weg. Die Leute sehen wirklich gut, wir haben es auch gut gestalten. Wir sind auf der PID-Winne. Du bist auf der Mediums. Vor allem 4,2 Sekunden. Ja, also wo ich jetzt hoffe, dass ich immer vorbeikomme, wenn da diese Nachzügler da hinten aufläuft. Dass er da vielleicht sich festfährt. Dass er da nicht vorbeikommt, wenn wir da noch ein bisschen ausschließen können. Oder ein Safety Car oder sowas in die Richtung. Wir haben ja schon 6 Ausfälle mittlerweile, wir sind nämlich nur noch 14. Wir sehen uns auf ein paar Gearboxware. Wir schauen uns auf ein paar Gearboxware. Try to keep your number of shifts to a minimum. Wir sehen uns bei den Zugough mamen. Sí come wir mal. Servo zur Gute Walken herbei. Wir können auch auf Maximum schreiben Language von Der Gute дух. Byeren wir haben, vielleicht ist das nicht кстати, Football,day four Eich. Oh ja. Wichtig. Es ist wichtig. Super, nach dem Rennen kann ich aber erst den Dingsfahrer machen, erinnern. Zweiter Gang ist weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier vorne ist Kassi. Mit hoffnung ist er, dass er sich da nicht vorbeikommt so lange. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt hat sich schon leider vorbei an den Nachzieklern. . Kaffee Der Vorteil ist, ich bin jetzt wieder dran an ihm. So, ich scheibe mir das. Ich habe mich nur aufs Kupfer und ich habe welche, meine Steine und ich habebeberneut. Wirf mit den Aliar und ich habe mir das eine neue Art. Kupfer. Die Kupfer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Noch acht Runden, liebe Leute Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der geht aber auch noch nicht. Runde 13, noch nicht in der Box. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Da werden wir sehen. Ja. Ja, natürlich sie. Ich hole die Runde jetzt richtig auf. Also Ricardo war noch nicht in der Box. Das ist klar. Ich fahre bewusst auf Niedrig jetzt. Aber jetzt kann ich gleich ein bisschen ziehen. Und nach dem Rennen können wir nämlich auch das Getriebe rausballern. Er bleibt noch, er bleibt noch, er bleibt noch. Na klar. Der müssen wir noch kassieren in Ricciardo. Aber der immer noch nicht auf die Idee kommt, in die Box zu gehen. Wenn ich jetzt an Ricciardo vorbeigehe. Ach, danke, dass du meinst, mich wegschießen zu müssen. Ich hatte drei Sekunden. Für, für was? Für was kriege ich drei Sekunden? Ja, leck mich doch am Arsch. Dann nehme ich das. Ich will nicht diese scheiß drei Sekunden. Ich komme nicht an dem Auto vorbei, ne? Das ist halt, äh... Ich will diese scheiß drei Sekunden nicht haben. Das ist das Problem an der Sache. Und der lässt mich nicht vorbei. Jetzt geht er in die Box. Und Gessi natürlich jedenfalls. Mein Teamkollege ist jetzt in der... Jetzt ist halt doch in der Box. Fünf Sekunden, ne? Fünf Runden noch. Ich will erst mal fünf Sekunden werden. Ich freue mich, der Kerl. Ich freue mich, der Kerl. Ja, dann müssen wir jetzt ein bisschen, äh, Energie wieder tanken. Vier Runden nur noch. Ah, Gessi nervt mich nicht. Hier komme ich wieder gut weg. Ja, ich muss Energie tanken wieder. Ah, ich habe einen Ricciardo einfach schlichtweg nicht vorbeikommen, äh, konnte. Hat er mich richtig aufgehalten, halt. Ich hatte nicht erwartet, dass der Gessi, äh, gut, das Ding ist ja noch nicht durch. Aber ich hatte nicht erwartet, den noch zu kassieren, aber mit dem Stopp war es tatsächlich genau, konnte ich es tatsächlich schaffen. Aber noch ist es, dreht ja nicht durch, wie gesagt. Es sind noch drei Runden jetzt. Und der 17. Na gut, aus Monaco kann ich mehr Mauern als... Ich will dieses Ding hier auch gewinnen. Und nächste Woche Kanada. Aber hier erst mal konzentrieren auf Monaco. Zwei auch raus. Nur noch drei, zehn Autos. Haben wir noch keinen Safety Car. Kein Safety Car, dann sind wir bis zum Ende durch. Und der 18. Ja, da steht es voll. Sind wir gerade hier, ein Williams, also raus. Aber kein Safety Car. Was uns hier den Sieg retten könnte, würde, wenn wir das Ding nach Hause fahren. Hier können wir uns immer wieder ein bisschen retten aus dem Tunnel. Da geht's. There's three laps of fuel remaining. There's three laps of fuel remaining. 19 ich glaube ja genau schieß mich weg wenn du es kannst wenn du meinst weil ich habe ja die Möglichkeit dann so zu gewinnen ich muss dieses Rennen hier irgendwie nach Hause fahren jetzt ist mir gerade herzlich egal ich habe den vierten Gang jetzt verloren ja habe ich scheiße da wollte ich das nochmal posieren aber diesmal hat er das nicht ganze gekriegt da war zu weit in da musste er diese Kubik diesen Weg nehmen ich hoffe dass ich jetzt irgendwie das Auto gehalten bekomme hier ich weiß dass ich den vierten Gang kaputt habe und ich muss jetzt irgendwie dieses Auto noch mit nach Hause fahren ich gehe jetzt auf Hotlab hier und um auf Pushen ich will dieses Auto nach Hause fahren irgendwie diesen Sieg mit nach Hause nehmen diese wertvollen 25 WM Punkte und den sechsten Saisonsieg und den sechsten Saisonsieg doch gerettet das war verdammt hart aber es hat gereicht was für ein fantastischer Grand Prix das war und was für ein hervorragender Weg für Mekka was denkst du Stefan was Ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat das wichtigste war wahrscheinlich dass er sich aus allen Problemen rausgehalten hat in einem Rennen in dem die Hälfte des Felds nicht ins Ziel kommt erzielt man ein gutes Ergebnis wenn man es schafft dass das Auto einfach weiterfährt bei seinem Tempo und seiner guten Strategie gab es meiner Meinung nach nie einen Zweifel dass er das Rennen gewinnen konnte die Sieger sind jetzt auf dem Weg zum Podest es war ein fantastisches Rennen für das Team von McLaren das steht fest sie werden heute Abend mit Sicherheit ordentlich eine Party machen das ist ja tatsächlich nicht ins Ziel gekommen zu werfen McLaren baut den Abstand an der Spitze aus mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert ein starkes Wochenende für Sie Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft nun das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1 begleiten Sie mich und Stefan bald wieder wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden heute war auch nichts mit der Runde die letzte Runde dafür war man verpflichtet zu langsatz aber das ist mir jetzt nicht egal wir haben es tatsächlich geschafft auch Monaco zu gewinnen Renn Nummer 6 geht mit einem kaputten mit einem kaputten Getriebe noch durchaus glücklich an uns muss ich sagen Gute Arbeit auf der Strecke Nun zu ein paar Fragen Äh bitte nicht Nehmen wir da so mit Wie haben Sie sich gefühlt als Ihr alter Rivale aus der Formel 2 heute das Rennen aufgeben musste So sagen dass Ihr Rivale immer noch auf Ihrem Niveau fährt So Ja ein bisschen Euroabteilung arbeiten Gott sei Dank haben es geschafft liebe Leute Die zwei hartesten Rennen der Saison gewonnen Na gut zwei von drei Singapur wird auch noch eine harte Nuss werden dann irgendwann So Dankeschön So Wir gehen jetzt das nächste Rennwochen Warte mal Dann kann ich euch das Auto ummachen Rein damit ins neue Getriebe Gut Dann arbeiten wir noch kurz mit dem Verheberung So Wunderbar Gut Dann haben wir das auch erledigt Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2019 Dann geht es in Kanada ums Ganze Ne Um alles Bis dann Tschüss Da T T Vielen Dank.